Artemide Megaron Reparatur. Hier haben wir eine wunderschöne Megaron Leuchte von Artemide. Übrigens eine meiner Lieblingslampen, weil sie so ein wunderbares Licht nach oben abstrahlt und so eine indirekte Beleuchtung abgibt. Ganz toll zum Lesen, sehr angenehm. Ja, die reparieren wir. Ja, leider müssen wir sie dann wieder rausrücken. Die würde ich gerne selber behalten.